... Wir haben fünf und was hat Olivia? Zehn! Wir haben zwanzig und sind da wunderbar. Hat jeder drei Versuche. So, die Maike kann schön. Jetzt kommt die Maike, warte noch nicht! Du kannst doch nicht jetzt so draus suchen! Kommt los! Die Maike kann! Die Maike kann! Ich hab so lange gemacht! Entschuldigung! ... Jahre alt! Pfeffalotte Löwe Pfeffalotte Löwe Anni, wo bist du? 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 Anni, nach Jens! Anni, nach Jens! Sieben Sieben, wir haben eine acht, zehn Guck mal, der Häufling, der Häufling, der liegt in Führung hier. Wir wissen ja noch nicht. Wir haben drei Durchgänge. Ja, wir haben drei Durchgänge, der Häufling, der Häufling, der Häufling, der Häufling, der Häufling, der Häufling.